Schutz Protection. Alle Infos über Schutz Protection, was es bewirkt und wie du es bekommst. Schutz Protection gehört zu den Rüstungsverzauberungen. Maximales Level dieser Verzauberung ist Level 4. Je nach Level der Verzauberung absorbiert diese Schaden. Level 1 4%, 2 8%, 3 12% und 4 16%. Wenn du jetzt alle 4 Rüstungsteile mit Schutz Protection 4 verzauberst, absorbiert deine Rüstung dadurch 64% des Schadens, den du nimmst. Da jedes Teil 16% des erlittenen Schaden absorbiert. Es reduziert aber nicht den Schaden, den du durch in die Leere fallen bekommst oder durch Effekte wie Hunger oder Vergiftung. Du hast eine 25,64%ige Chance, diese Verzauberung an einem Zaubertisch zu bekommen. Natürlich kannst du sie auch bekommen, wenn du mit Dorfbewohnern handelst. Wie handelst du mit Dorfbewohnern, um deine gewünschte Verzauberung zu bekommen? Das siehst du in diesem Video. Klick es einfach an. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und gib diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Hau rein und bis dann.